Die Krim. Seit Jahrhunderten Zankapfel europäischer Mächte. Hart umkämpft. Bis heute. Ihre Städte ausgebaut als Festung. Im Untergrund ein geheimnisvolles Labyrinth aus zahllosen Bauwerken. Uralter Stacheldraht. Halbherzige Absperrung. Kein Hindernis für die beiden jungen Männer, die regelmäßig die Unterwelt der Krim erkunden. Sie nennen sich Digger. Die Warnung, kein Zutritt, schreckt sie nicht ab. Objekt 100, so heißt die verlassene Anlage oben am Berg. Früher streng geheimes Militärobjekt, seit 23 Jahren ungenutzt. Auf der Suche nach dem besonderen Kick wagen sich die Digger immer weiter in die Tiefe. Das ist wirklich erfreulich. Da wurde echt viel Arbeit in solche Anlagen investiert. Sie sind sehr gut erhalten. Die Farbe hält noch und die hermetischen Türen sind noch dicht. Das Digger-Dasein hat sich in letzter Zeit verändert. Während wir zur Ukraine gehörten, war es leicht hineinzukommen. Jetzt aber, wo wir Russland sind, ist es schwieriger. Wenn du irgendwo rein willst, musst du es illegal machen. Die Form der Gänge und Tore verrät das Waffensystem, das hier versteckt wurde. Antischiffsraketen vom Typ SSC-1. NATO-Codename SIPO. Objekt 100 ist die erste sowjetische Basis für dieses weitreichende Raketensystem. Bis 1991 ist die Rote Armee Herr über die Küstenverteidigungsstellung. Mit sogenannten Frontflügelraketen kann sie die Schifffahrt im gesamten Schwarzen Meer kontrollieren. Aus der verbunkerten Stellung heraus ist es möglich, Schiffe und U-Boote in bis zu 600 Kilometer Entfernung zu zerstören. Die spezielle Bunkerbauweise ist reizvolles Fotomotiv und wichtige Digger-Trophäe. Die jungen Männer gehen ein hohes Risiko ein. Du weißt nie, was dich hinter der nächsten Biegung erwartet. Eine Kamera, ein Bewegungsmelder, vielleicht aber auch ein Bewaffneter, der dich verhaften will. Bis zu vier Jahre Gefängnis- oder Arbeitslager drohen dem, der erwischt wird. Wir müssen uns sehr, sehr leise verhalten und ruhig bleiben. Denn jeder Schritt kann irgendeinen Lärm erzeugen. Wenn du dabei erwischt wirst, wie du in ein solches Objekt eindringst, endet es böse. Seit 2014 hat sich auf der Krim alles verändert. Nach der Besetzung durch russische Truppen und einem umstrittenen Referendum beantragt das Krim-Parlament den Beitritt zur russischen Föderation. Stolz verkündet Wladimir Putin am 18. März 2014. Die Krim und Sevastopol sind heimgekehrt. Die neuen Herren zeigen sofort Flagge und massive Präsenz. Trotz Sanktionen des Westens. Was macht die Halbinsel im Schwarzen Meer so interessant? Zum einen liegt die Krim wie ein Brückenkopf im Schwarzen Meer. Durch die Annexion hat Russland wieder direkten Zugriff. Die Ukraine das Nachsehen. Zum anderen bietet die Halbinsel eine geologische Besonderheit. Ein mächtiger Gebirgszug durchzieht die Krim von Ost nach West. Er hält nicht nur die sibirische Kälte ab und sorgt an der Küste für mediterrane Temperaturen. Er beherbergt im Untergrund auch die wahre Attraktion der Halbinsel. Weit verzweigte unterirdische Bauten. Das Kalksteingebirge, das östlich von Sevastopol beginnt, lässt sich leicht aushöhlen und bietet idealen Schutz. Das hat man sich schon vor Jahrhunderten in Mangupkale zunutze gemacht. Der geheimnisvolle Ort bekommt seinen Namen von turkstämmigen Nomaden. Sie kontrollieren von hier aus den wichtigsten Verkehrsweg der Krim. Die Festung ist Forschungsfeld des Archäologen Alexander Giertzen. Er erkundet seit 1976, wer und in welcher Zeit die hohen Felsen besiedelt hat. Auch heute ist der Weg nach oben immer noch beschwerlich. Nur mit einem robusten Militärjeep kann Giertzen die 800 Höhenmeter bewältigen. Hier oben ist es nicht nur sicher, man kann es auch lange aushalten. Der zerklüftete Kalkstein speichert Wasser. Aus den Hängen sprudeln zahlreiche Quellen. Schon früh haben die Menschen diese Vorteile erkannt. Menschliche Besiedelung gibt es an diesem Ort seit der Steinzeit. Genauer seit der mittleren Steinzeit, so vor 8000 Jahren. Irgendwann geht es selbst für den Jeep nicht mehr weiter. Giertzen und sein Assistent erreichen zu Fuß die Hochfläche. Dort lassen sich schon lange vor die Nomaden Siedler aus dem Norden Europas nieder. Hier oben war die Hauptstadt eines gotischen Fürstentums. Das gesamte Territorium nannte sich Gotia. Die Goten kamen Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus hierher, aber ihr Einfluss ist spürbar bis zum vierten, fünften Jahrhundert. Die Hochfläche bietet die ideale Verteidigungsstellung selbst gegen die Armee der Römer. Über die Geschichte dieser frühen Siedler ist nur wenig bekannt. Die Goten sind vermutlich im Zuge der Völkerwanderung auf die Krim gelangt. Ein Teil hat sich dann eben in diese relativ unzugängliche und nicht leicht zu erobernde Krimlandschaft zurückgezogen, wurde dort aber relativ schnell einem Prozess der Anverwandlung mit übrigen Völkerschaften unterzogen, sodass eigentlich schon in der frühen Neuzeit von einer distinkten, unterschiedlichen krimgotischen Bevölkerung nicht mehr die Rede sein kann. Die Krimgoten legen den Grundstein für die Felsenfestung und machen sie zu ihrer Hauptstadt. Die besondere Bauweise prägt auch nachfolgende Siedlungen. Die meisten Leute lebten in normalen Holzhäusern. Die Höhlen erfüllten Zusatzfunktionen. Die wurden dann als Keller, Verteidigungsanlagen oder Beobachtungspunkte genutzt. Und als Kirchen. Nach den Goten hinterlassen viele andere Völker ihre Spuren. Griechen, Alanen, Bulgaren. Allesamt orthodoxe Christen. Ganz komfortabel eigentlich. Hier hat man sich eine Gebetsnische eingebaut. Mit einem Regalbrett für eine Lampe oder eine Ikone. Klosterkomfort eben. Ein typisch byzantinisches Kloster. Im Jahr 1475 erobern die Osmanen auf dem Weg nach Norden das Plateau. Sie geben der markanten Felsnase ihren heutigen Namen. Die Eroberer wissen um die strategische Bedeutung der Festung und um die der Krim. Wenn sie das Schwarze Meer kontrollieren wollen, in militärischer Hinsicht, brauchen sie irgendwo einen Stützpunkt, von dem aus sie auch das Meer an sich und die Küstengegenden und das Meer kontrollieren. Und das ist die Krim. Also die eignet sich hervorragend für solche strategischen Überlegungen. Und auf der Krim kann man dann auch aufgrund geologischer Besonderheiten auch sehr gut Häfen bauen und Befestigungsanlagen anlegen. Im 18. Jahrhundert nutzt das Russische Reich seine Chance, einen Zugang zum Mittelmeer zu bekommen und vertreibt die Osmanen von der Halbinsel. 1783 ernennt Zaren Katharina die Große die Krim zum russischen Schutzgebiet. Seitdem steht der regelmäßige Besuch der Krim auf dem Pflichtprogramm russischer Regenten. Zuletzt zeigt Zahn Nikolaus II. hier Präsenz. Die Russen sind fest entschlossen, die Krim nie wieder herzugeben und befestigen Hafen, Städte und Küsten. Wenn wir uns die Krim-Geschichte über die Zeiten anschauen, dann ist festzustellen, wie es einmal ein britischer Journalist gesagt hat, dass die Krim zu allen Zeiten so etwas wie ein sexuelles Besitzverlangen ausgelöst hat. Und über die Zeitwenden stellen wir auch fest, dass die Krim immer von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen durchzogen und durchwandert wurden. Im 20. Jahrhundert beginnt die sowjetische Armee systematisch Infrastruktur in den Untergrund zu bauen. Etwa das sogenannte Objekt 221. Es soll in den 1980er Jahren die neue Kommandozentrale der Seestreitkräfte der Roten Armee werden. Hobbyforscher Eduard kennt den Bunker sehr genau. Da gibt es Verliese. Alles ist feucht und dreckig. Ob du willst oder nicht, du musst dir was überziehen. Schon lange geht Eduard für sein Hobby in den Untergrund. Er war viele Jahre Polizist und hat früh die unterirdischen Anlagen kennengelernt. Viele kriminelle Banden versteckten sich dort. Als Polizist bekommt er auch Informationen, die nicht jeder hat und die ihm heute bei der Erkundung der alten Anlagen nützen. Das helle Gebäude am Berghang ist der Eingang von Objekt 221. Und enthüllt beim Näherkommen eine Überraschung. Als Tarnung wurde hier ein normales Gebäude im Stil der Brezhnev-Ära gestaltet. Offiziell galt es als Sanatorium. In den Karten des sowjetischen Generalstabs, die früher streng geheim waren, ist es sogar als Zwei-Sterne-Hotel eingezeichnet. Der Betonklotz mit den aufgemalten Fenstern wirkt immer noch einschüchternd. Eduard hat sich davon noch nie abschrecken lassen. Ich habe dieses Hobby seit 38 Jahren. Seitdem ich zwölf bin, liebe ich es, in unterirdische Befestigungen zu klettern. Was mich interessiert, ist die Geschichte und, sagen wir, das etwas Extreme. Obwohl alles geplündert und verlassen ist, sind die Anlagen und die Technik, die sich hier einmal befanden, in den russischen Marinearchiven bis heute als streng geheim klassifiziert. Der 500 Meter lange Stollen führt waagerecht, weit unter die Kuppe des Berges. Er ist der Eingang in ein riesiges Bunkersystem. Immer wieder tauchen Räume für die Wachmannschaften auf. Wir sind wohl in der ehemaligen Waffenkammer, Lager für Munition und Gewehre. Das sieht man auch daran, dass diese Kästen ziemlich genau der Höhe einer Kalaschnikow entsprechen, der Standardwaffe dieser Jahre. Obwohl sich der Hobbyforscher hier gut auskennt, bleibt er neugierig und aufmerksam. Es gibt gut erkundete Objekte, die ich mehr als einmal besucht habe. Denn es könnte sein, dass es hier und dort noch etwas zu entdecken gibt. Auch in dieser Anlage soll es noch zugemauerte Gänge und verschüttete Ausgänge geben. Aber ich habe sie noch nicht gefunden. Ein rechteckiger Schacht, vielleicht für Aufzüge, zieht sich durch alle Ebenen und Zugangsröhren. Im Erdgeschoss die Kommandozentrale. Von Objekt 221 aus sollte die Schwarzmeerflotte im Süden der Sowjetunion befehligt werden. Angeblich war sogar geplant, im Kriegsfall alle Truppenteile der Roten Armee von hier aus zu steuern. In weiteren Stockwerken sind zusätzliche Wohn- und Lagerebenen vorgesehen. Ein eigener Kernreaktor ist geplant. Und Filteranlagen für Luft und Wasser sollen die Unabhängigkeit von der Außenwelt im Falle eines Atomangriffs garantieren. Die Planung von Objekt 221 stammt aus dem Jahr 1977 und spiegelt die Bedrohungslage des Kalten Krieges wieder. Der Bau geht heimlich vonstatten. Spezialtruppen höhlen im Verborgenen den Berg aus. 1989 ist die Anlage bezugsfertig. Hier sind wir jetzt 182 Meter unter der Oberfläche. Und das ist Stahl, bis zu 7 Millimeter dick. Zur Verstärkung war noch Metall oben auf dem Berg, zur Abschirmung radioaktiver Strahlung. Der Steuerungsschacht der Radaranlage oben auf dem Berg fungiert als Symmetrieachse. Das gesamte Bunkersystem ist dort gespiegelt. Es hat doppelte Eingänge und eine doppelte Kommandozentrale. Ist eine Seite zerstört, kann die andere übernehmen. Ein in der Sowjetunion übliches Konzept. Es gab da diesen Stalin-Plan, die Zwillingsstadt. Unter jedem Gebäude, unter jeder Anlage gab es dasselbe Bauwerk im Untergrund noch einmal für den Fall eines Atomkriegs. Deshalb gibt es eine riesige Anzahl von Untergrundobjekten, vor allem in den Städten. Sie werden bis heute vom Militär genutzt. Objekt 221 wird nie in Dienst gestellt. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 macht es überflüssig. Ab 1994 gehört die Anlage der Ukraine. Unbewacht wird sie geplündert und verwüstet. Nur wenige Kilometer westlich, unmittelbar neben den antiken Ruinen einer griechischen Kolonie, die Stadt Sevastopol, gegründet 1783 von Zaren Katharina der Großen. Von Beginn an ist Sevastopol geprägt von russischen Schiffen und ihren Besatzungen, der traditionsreichen Schwarzmeerflotte. Nach dem Ende der Sowjetunion liegt Sevastopol auf ukrainischem Gebiet. Moskau muss Pacht für die Liegeplätze zahlen. Und muss damit leben, dass militärische Geheimnisse ans Licht kommen. Etwa südlich von Sevastopol. Dort bildet einer der zahlreichen Küsteneinschnitte einen idealen natürlichen Hafen. Balaklava. Der Eingang zur Bucht liegt versteckt. Das Wasser ist tief und die Fahrrinne ohne Hindernisse. Jahrhundertelang beliebte Handelsposten von Kaufleuten aus aller Welt ist Balaklava zu Sowjetzeiten streng abgeschaut. Denn hier befindet sich der Eingang zu einem der bestgehüteten Geheimnisse des Warschauer Pakts. Juri Semyenowitsch ist damals Stabsoffizier der sowjetischen Marine. Objekt 825 gehört zu seinem Arbeitsbereich. Wir waren hier ziemlich oft. Wir haben getan, was getan werden musste. Schließlich haben wir uns auf den Krieg vorbereitet, damit es dann keinen Krieg gibt. Ich stehe hier im ehemaligen Lager für Treib- und Schmierstoffe. Insgesamt knapp 10.000 Tonnen passten da rein. Das war unser Vorrat. Dieser Vorratstank wurde in den Fels gehauen und trotzdem noch mit Metall ausgekleidet. Alles so hoch wie ein fünfstöckiges Haus. Das hier ist die Treppe zu den Kontrollräumen. Es gab männliche und weibliche Versorgungsoffiziere. Jeden Tag sind die hier die Treppen rauf und runter gerannt. Das war wie die Besteigung des Mount Everest. Eine ganze Stadt im Berg. Zum Leben und Arbeiten. Jetzt sind wir im Fabrikteil. Hier waren die Werkstätten. In den 23 ukrainischen Jahren wird manches geplündert. Metalle herausgerissen. Die Treppe wurde gestohlen. Man kann auch den Abdruck sehen. Im zweiten Stock war der Kommandoposten der U-Boot-Flotte. Die Treppe wurde gestohlen. Die Bucht von Balaklava ist ein besonderer Schutzbunker für die Unterseeboote der Sowjetunion. Dieser Kanal war der U-Boot-Bahnhof. Da passten zehn kleine oder sieben mittelgroße U-Boote rein. Die aus der Baureihe 613. Alles Notwendige für U-Boot-Besatzungen war hier. Geschützt von tausenden Tonnen Gestein. Abgeschottet von der Umwelt sollte man hier 30 Tage überleben können. Und dann rausfahren und Krieg führen. Objekt 825 erstreckt sich, von außen unsichtbar, über 600 Meter quer durch den Berg. Das ist nicht nur für die Krim einzigartig. Es gab in der ganzen Sowjetunion keinen anderen U-Boot-Bunker, der komplett durch einen Berg hindurch führte. Das hier ist meines Wissens sogar weltweit das einzige Objekt. 30 Jahre lang wird die U-Boot-Basis von der Schwarzmeerflotte unterhalten. Sie ist für den Vergeltungsschlag nach einem Atomangriff gebaut worden. Nach einem nuklearen Angriff konnten die vorderen U-Boote, die immer zuerst repariert wurden, sofort in See stechen und ihre Aufgaben erfüllen. Sie tauchten gleich, nachdem sie den Tunnel verlassen hatten. Hier ist die Wassertiefe ausreichend und sie konnten unter Wasser die Bucht verlassen. 1959 beginnen Arbeiter, den gesamten Berg auszuhöhlen. Als Generalsekretär Khrushchev von den Baukosten erfährt, will er das Projekt stoppen. Doch die Militärs überzeugen ihn von der Notwendigkeit des Riesenbunkers. Als Gegengewicht zu der Präsenz der US-Amerikaner, vor allem und der Briten, hat man dann die Schwarzmeerflotte so stark verstärkt und die Krim auch so ausgebaut. Also es war ein riesiger Verband, eigentlich nur um Verteidigungsaufgaben wahrzunehmen. Es ist ja klar, dass dahinter auch bestimmte Angriffsvorstellungen sich verbargen. Und deswegen war die Schwarzmeerflotte auch so wichtig. Das Schwarze Meer kann nur verlassen, wer die Dardanellen und den Bosporus basiert. Die Meerengen sind Hoheitsgebiet der Türkei. NATO-Mitglied seit 1952. Ein Teil der sowjetischen U-Boot-Flotte ist deshalb auf die Zerstörung Istanbuls und Ankaras spezialisiert. Sein Stützpunkt? Balaklava. Er war Kapitän im Sonderkommando Bosporus. Diesen Ort kenne ich bestens. Ich bin sehr oft hier hereingefahren. Zwei meiner U-Boote mussten hier repariert werden. Ich bin Kapitän zur See im Ruhestand. Alexej Ivanović Luzhnikow. Ich bin Ehrenvorsitzender des Rates von Sevastopol, Rat der U-Boot-Veteranen der Schwarzmeerflotte. Geboren in Zentralrussland, zieht es Alexej früh nach Sevastopol zur Marine. Ich begann meinen Dienst auf dem U-Boot 1963. Und dann hörte ich, dass dieses Objekt gebaut wurde. Geheim. Sogar sehr geheim. Geschaffen als Bunker für U-Boote. Und 1964 war ich mit meinem U-Boot dann schon hier. Hydraulisch verschiebbare Inseln können Ein- und Ausgang verbergen. Hermetisch abschließende Tore versiegeln zwei parallele Röhren. Jede mit einer Wassertiefe von acht Metern. Gasdicht, abgeschirmt vor Außeneinflüssen. Sie sind miteinander verbunden. Dadurch gibt es Platz zum Rangieren. Luzhnikows U-Boote werden hier für Reparaturarbeiten sogar komplett aus dem Wasser gehoben. Meine Besatzung war gut. Wir waren 52 Mann auf dem Boot. Ich erinnere mich noch gerne daran, denn der Dienst war für mich wie jeden Tag Urlaub. Durch ein Netz von Tunneln werden die Boote mit Treibstoff, Lebensmitteln und vor allem Waffen versorgt. Ursprünglich ist der U-Boot-Bunker nur für konventionelle Bewaffnung vorgesehen. Später kommen nukleare Sprengköpfe dazu. Natürlich hatte ich auch nukleare Waffen. Während meiner Dienstzeit hier im Schwarzen Meer hatte ich zwei Torpedos mit Atomsprengköpfen an Bord. Sie waren jederzeit einsatzbereit. Natürlich sorgte das für eine gewisse Anspannung, aber uns war klar, dass wir die nur in besonderen Fällen einsetzen durften. Ich war bereit, die Atomtorpedos abzufeuern. Entweder zu einem Schlag gegen ein sehr großes Schiff oder eine wichtige Küstenstellung. Aber natürlich nur mit Befehl. Im Kriegsfall hat das U-Boot-Kommando Bosporus die Aufgabe, das Schwarze Meer bis in den letzten Winkel zu erobern. Die Voraussetzungen sind ideal. Die Krim bietet einfach eine gute Ausgangsposition. Man kann von dort aus problemlos überall im Schwarzen Meer hinkommen. Es waren nur 180 Meilen bis zum Bosporus. Das schafften wir in einer Nacht. Die Aufgabe der Schwarzmeerflotte war, im Falle eines Krieges die Meerengen zu besetzen, die das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbinden, Bosporus und die Dardanellen. Und die Idee dahinter war, dass man die Kontrolle über dich hat und dann die Schwarzmeerflotte einen Zugang zum Mittelmeer bekommt. Die zentrale Lage der Krim ist jahrhundertelang Grund für kriegerische Auseinandersetzungen. Mitte des 19. Jahrhunderts verbünden sich Großbritannien und Frankreich mit der Türkei, um gegen die Russen auf der Krim zu kämpfen. Drei Jahre dauert der Krimkrieg. Die blutige Belagerung Sevastopols erschüttert Europa. Die neue Erfindung der Fotografie zeigt die brutale Realität auf dem Schlachtfeld. Berichterstatter kommen mit mobilen Dunkelkammern. Sie dokumentieren mit ihren Bildern die Grausamkeit des Krieges. Trotz der Niederlage des Zaren bleibt die Krim russisch. Die Halbinsel wird gegen weitere Attacken befestigt. Als 1941 die deutsche Wehrmacht angreift, gilt Sevastopol als stärkste Festung der Welt. Ewan Patuk ist einer der letzten überlebenden Kämpfer des Zweiten Weltkriegs. Am 11. November 1941 beginnt der Angriff der deutschen Armee auf seine Einheit. Können Sie sich das vorstellen? Ich war 20 Jahre alt und war der Kommandeur eines Bataillons. Das waren 700 Leute. 700 Leute. In zwei Offensiven versucht Hitlers Wehrmacht, die Stadt einzunehmen. Erfolglos. Bomben treffen Grabenstellungen, Hafenanlagen und Befestigungen von Sevastopol. Die Übermacht der Deutschen an Masse und Qualität der Waffen überstieg unsere Fähigkeiten. Da gab es Momente, da sah man den Himmel nicht so zahlreich, waren da oben die Bombenflugzeuge. Wir zogen uns in die bereits bestehenden Stellungen zurück, in denen schon im Ersten Weltkrieg gekämpft wurde. Die Deutschen wagten nicht, uns in dieser alten Betonfestung anzugreifen. Hitler will die Krim germanisieren. Selbst die Umbenennung der Städte steht fest. Sevastopol soll Theoderichhafen heißen. Besonders populär wurden dann die sogenannten Gotenlandpläne, die Hitler ja unter anderem in seinen berühmten Tischgesprächen angeblich formuliert haben soll. Also der Traum, eine deutsche Siedlung auf der Krim zu errichten, unter anderem mit Südtirolern. Man meinte, dass die Südtiroler Landschaft besonders ähnlich mit denen der Krim sei, auch bergig und hübsch und landwirtschaftlich spannend. Doch die Festung Sevastopol bleibt standhaft. Die Einfahrt zur Hafenbucht bewacht damals die sogenannte Küstenbatterie 16, von den Deutschen Vor-Schischkopf genannt. Vor dem Ersten Weltkrieg gebaut, wird sie eigentlich nur noch als Depot genutzt. 1941 bestückt man sie eilig wieder mit Kanonen. Das alte Mauerwerk wird von den Deutschen heftig unter Beschuss genommen. Man kann sehen, dass hier noch ein Zünder im Beton steckt, der aber nicht explodiert ist. Wenn man den Militärtagebüchern und der deutschen Luftaufklärung trauen will, dann wurde diese Stellung massiv bombardiert. Tatsächlich hält das alte Gemäuer mit einer Decke von 2,40 Meter Dicke den deutschen Bombenstand. Das ist der Sockel eines drehbaren Geschützturmes. Davon gab es vier, jede mit vier Kanonen, Kaliber 254 Millimeter. Speziell dafür gedacht, um Schiffe zu bekämpfen. Vom Feuerleitstand aus dirigiert, können die Kanonen noch Ziele in 20 Kilometer Entfernung treffen. Wie alle Küstenbatterien ist auch diese direkt in den Uferfelsen geborgt. Die Besatzungen konnten mit einfachen Werkzeugen oder nur mit den Händen den Kalkstein bearbeiten und die Festung im Laufe der Zeit erweitern. Auch die 100.000 Soldaten, die Sebastopol gegen die Deutschen verteidigen, nutzen die Belagerung, um das Bollwerk zu verstärken. Hier oben ist noch eine der wenigen verbliebenen Schienen, mit denen Munition transportiert wurde. Für die schweren Granaten gab es dieses Schienensystem. Die Bombe wurde hier eingehängt und mit der Hand bis zur Geschützluke geschoben. Die Festungsbesatzung verbrachte hier ihre ganze Zeit. Es gab für sie Wohnräume, Wasch- und Essräume. Alles war für eine längere Belagerung eingerichtet. Diese Latrinen sind noch aus dem Ersten Weltkrieg. Als die Einnahme der Festung scheitert, wird ein riesiges Eisenbahngeschütz, Typ Dora, aus Deutschland herangeschafft. 5000 Mann benötigt der Aufbau. Fünf Tage feuert Dora. Stolz dokumentiert die deutsche Luftaufklärung die gigantischen Granat-Trichter. Einmal traf eine Granate der riesigen Belagerungskanone auf das Gelände, ohne zu explodieren. Das wurde dem Hauptquartier berichtet. Die antworteten, redet keinen Unsinn, hört auf zu trinken. So eine große Granate gibt es nicht. Als die Vorgesetzten dann persönlich anreisten und das mannshohe Geschoss sahen, waren sie völlig schockiert. Die Unterstände, in den gewachsenen Steinen gegraben, halten auch Geschütz Dora stand. Sevastopol fällt nicht. Es bleibt der einzige Einsatz der Migakanone. Vor dem Krieg gab es ein ganzes Netzwerk von bombensicheren Bunkern. Der gewaltigste war in den Inkermahn-Galerien. Eigentlich eine alte Sektkellerei. Ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, dass das eine ganze Untergrundstadt war. Das war nicht nur ein Lager für Munition und Waffen, sondern die stellten selbst Mörser her und Granaten. Da gab es eine Fabrik für Uniformen, eine für Schuhe. Es war tatsächlich eine Untergrundstadt. Schon seit dem Mittelalter sind in die Felsen von Inkermahn Wohnhöhlen, zwei Kirchen und ein Kloster gebaut worden. Dort ziehen sich Rote Armee und zivile Helfer vor den Deutschen zurück. In den Tagen der Belagerung waren hier tausende Menschen in den riesigen Hallen untergebracht. Hier backten sie Brot und nähten Kleidung für die Soldaten. Es gab Kindertagesstätten, Schulen und Herbergen und ein vorbildliches Krankenhaus. Erst im Sommer 1942 gelingt es, den Deutschen Sevastopol einzunehmen, unter hohen Verlusten. Der sowjetische Generalstab befiehlt, die Inkermahnstellung aufzugeben. Die Schwerverletzten sollen zurückgelassen werden. Der damals 20-jährige Bataillonskommandeur Ivan Patuk hört, wie einige Ärzte und Pfleger aus Protest beschliessen, ebenfalls zu bleiben. Als der entscheidende Moment da war, tauchte die Frage auf, was geschieht mit den Höhlen? Überall gab es ja reichlich Munition. Weder die Munition noch die Stellung selbst soll der Feind nutzen können. Das hat fatale Folgen. Nicht deutsche Bomben sollten sie töten, sondern der Befehl vom Hauptquartier. Die Stollen sprengen. Eine riesengroße Ladung Sprengstoff war das. Brocken, groß wie Häuser, flogen da rum. Heute kann man es ja ruhig erzählen. Lange Zeit durfte man das ja nicht. Viele wurden lebendig begraben. Das konnte man sehen. Das Blut spritzte draußen an die Steine. Das Gelände ist nach dem Krieg lange kaum abgesperrt. Neugierige können ungehindert eindringen. Seit der russischen Annexion 2014 sind die gesprengten Inkaman-Stollen ein gesichertes Militärlager. Tote und Munition sollen bis heute unter den Felsen liegen. Im Mai 1944 erobert die Rote Armee Sevastopol zurück. In der Stadt sind nur wenige Gebäude unbeschädigt. Aufbau in den 50er Jahren. Sevastopol wird Heldenstadt der Sowjetunion. Flottenstützpunkt. Und als geheime Stadt klassifiziert. Bei Sevastopol war es wichtig, einfach den Zugang von Ausländern, den unkontrollierten Zugang von Ausländern unmöglich zu machen. Also nicht nur zu erschweren, sondern unmöglich zu machen. Andererseits aber auch die Sowjetbürger durften nicht ohne weiteres in diese Stadt einreisen. Es gab bestimmte Passkontrollen. Das ist die geheime Stadt, so wie das in der Sowjetunion verstanden wurde. Abgeschirmt baut sowjetisches Militär in den folgenden Jahrzehnten eine Infrastruktur auf. Stalins Plan von der Zwillingsstadt, der im Untergrund gespiegelten oberirdischen Gebäude, wird Realität. Heute erkunden junge Digger diese unsichtbare Stadt unter der Stadt. Und veröffentlichen die Ergebnisse ihrer Exkursionen mit Fotos und Videos auf Social-Media-Portal. Das Stadtzentrum wurde ja fast komplett in den 50er Jahren gebaut. Unter absolut jedem Haus gab es einen Bunker für die Bewohner. Wir sind begeisterte Fotografen und wollen richtig gute Aufnahmen machen und nicht nur irgendwo reinklettern. Das Digger-Dasein ist für uns mehr, als es im ersten Moment aussieht. Wir bereiten uns gut vor, gehen in Bibliotheken und lesen viel über die Gebäude. Und wir suchen ständig neue Orte. Dabei achten sie darauf, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten. Wir versuchen keine Fotos hochzuladen, die geheime Objekte zeigen. Wir wollen keine Staatsgeheimnisse verraten. Wir reden auch nicht mit anderen darüber, denn es gibt ein Gesetz, das es verbietet, Staatsgeheimnisse weiterzugeben. Die einstige Heldenstadt Sevastopol hat schon lange eine mehrheitlich russischstämmige Bevölkerung. Das bleibt auch nach dem Ende der Sowjetunion so. Schon allein wegen der Anwesenheit der russischen Schwarzmeerflotte. Die Verbindung zu Russland ist allgegenwärtig. Vor einem Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges halten Mitglieder eines russischen Vereins die Totenwache. Mit heiligem Ernst wie bei einem Gottesdienst. Wenn Putin in seiner Rede vom Dezember 2014 von der sakralen Bedeutung der Halbinsel Krim für Russinnen und Russen spricht. Er vergleicht die Bedeutung der Krim für Russland mit den Jerusalems für Muslime und Juden. Das ist ja ein sehr wirkungsmächtiges Bild. Die Verbindung zu Russland zeigt man auf der Krim auch mit gemeinsamen Feiertagen. Etwa dem Tag der Marine, der im Juli begangen wird. Schon in Zeiten des Kalten Krieges ist er eine beliebte Demonstration militärischer Stärke. Und wird auf der Halbinsel traditionell gefeiert als ein Zeichen sowjetischer Zusammengehörigkeit. Die symbolische Bedeutung für Russinnen und Russen ist immens. Die Krim ist für diese ein Ort großer militärischer Erfolge und Niederlagen. Es ist der Ort russischer Kultur, die sie mit Kreis des Größen wie Pushkin, Tolstoi oder Anton Tschechow verbinden. Es ist der Ort, wo viele von ihnen wunderschöne Urlaube in der exotischen Landschaft verbracht haben. Es ist ein klimatisch angenehmer Ort, der die russische Seele irgendwie wärmt. Gerade wenn man aus dem Norden kommt und dann eben die Erinnerung an den samtenden Herbst auf der Krim mit seiner exotischen Landschaft verbindet. Trotzdem macht 1954 der sowjetische Generalsekretär Nikolai Krutschow die Krim den ukrainischen Genossen zum Geschenk. Warum trennt er die Halbinsel von Russland ab? Um einfach erstens die damalige ukrainische kommunistische Partei auf seine Seite zu ziehen, zweitens um auch den eigenen Anteil an den Verbrechen des Stalinismus in der Ukraine zu kaschieren und wieder gut zu machen, hat er dann, so ist die landläufige Meinung der Experten, beschlossen, die Krim an die ukrainische Sowjetrepublik zu übergeben. Damit hat Russland die Krim verloren. Doch äußerlich ändert sich erstmal nichts. Das beliebte Badeparadies ist und bleibt Teil der Sowjetunion. Sevastopol bleibt Heimathafen der Schwarzmeerflotte mit ihren alljährlichen Paraden. Doch die Welt verändert sich. 1991 bricht die Sowjetunion auseinander. Die ehemaligen Sowjetrepubliken wandeln sich zu unabhängigen Staaten, auch die Ukraine. Und die Krim ist plötzlich aus russischer Sicht Ausland. Die sowjetische Herrschaft endet wie ein Spuk. Doch in der Ukraine lagern viele der ehemals sowjetischen Atomraketen. Durch Vermittlung von US-Präsident Birk Linden wird ein Vertrag unterzeichnet. Die damalige russische Führung unter Boris Yeltsin hat sich definitiv dafür entschlossen, so eine Art Deal zu machen. Und Russland hat dann tatsächlich nicht nur die Souveränität der Ukraine garantiert, sondern auch das Bestehen des ukrainischen Staates in den Grenzen, wie sie 1994 waren. Und das bedeutet, die Krim gehörte zur Ukraine dazu. David gegen Goliath. Das mächtige Russland muss nachgeben, um eine weitere Atommacht zu verhindern. Der Schmerz war groß. Man hat es aber sicher Anfang der 90er Jahre so geschehen lassen müssen, weil man keine Möglichkeit hatte. Während die Ukraine politisch darüber streitet, ob sie sich nach Osten oder Westen orientieren soll, verfallen die alten sowjetischen Anlagen. Wertvolles wird abmontiert. Der Rest zerbröckelt wie dieser Krankenhausbunker. 2014 besetzt und annektiert Putins Russland die Krippen. Der Westen reagiert mit Sanktionen. Er steckt in einem Dilemma. Die Situation ist einfach und kompliziert zugleich. Einfach, weil das völkerrechtlich ein Bruch der geltenden Normen darstellt. Kompliziert, weil de facto diese Annexion vollzogen wurde. Und man nicht mehr ohne weiteres davon ausgehen kann, dass jetzt die westlichen Sanktionen dazu führen würden, dass die russische Staatsführung sagt, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Entschuldigung, tut uns leid. Wir geben jetzt die Krim zurück an die Ukraine. Im November 2018 entern und beschlagnahmen russische Kräfte in der Straße von Kertsch ukrainische Schiffe. Der Konflikt eskaliert weiter. Putins Annexion der Krim hat auch Folgen für die Unterwelten der Halbinsel. Der Zugang zu alten Anlagen wird erschwert. Weitere Entdeckungen so gut wie unmöglich gemacht. Es gibt Gerüchte, dass einige der Stollen wieder militärisch genutzt werden sollen. Die Krim bietet Russland großen innenpolitischen Imagegewinn und noch größeren außenpolitischen Schaden. Die Halbinsel bleibt strategischer Spielball im Ringen der großen Mächte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017